So und jetzt, Däumchen drücken! So Leute, wir haben uns hier versammelt, um wieder 10 Kisten zu öffnen. Phoenix Kisten heute, heute auf meinem zweiten Account. Und jetzt gucken wir, ob es stimmt, dass Accounts, die noch nie Kisten aufgemacht haben, dass die einfach besseres Zeug bekommen. Deswegen, Leute, fangen wir gleich an. Asimov oder Messer. Asimov oder Messer. Erste Kiste. Eine schöne Tech-9. Man muss klein anfangen. Aber die sieht gar nicht so cool aus, ne? Ich frag mich, wieso die Sandstorm heißt, wenn die eigentlich... ...die lila ist. Ich kenn keinen Sandsturm, der lila ist. Naja. Zweite Kiste. Oh, da war was Rotes. Oder lila. Chameleon war fast da. Seht ihr, Leute? Ist schon ein bisschen besser geworden. Ist schon ein bisschen besser geworden. Die Leute sagen, im Stream steht entweder 10 Niggas oder 10 Mix-7s. Bisher haben wir noch keins davon bekommen. Oh ja, da war irgendwas was pink jetzt. Oh, so nah an der Chameleon. Wir wollen die Asimov, Leute. Wir wollen die Asimov oder das Messer. Wieder eine Tech-9. Zehn Tech-9s. A-K-Redline geht auch noch. Eine gute A-K-Redline mit Stat-Track. Komm, Leute. Eimer, 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 Eimer. Eimer, ich... Wieso? Wieso die? Ist heute Tech-9-Day? Heute ist... Wenn ich ein Team mehr hätte, ne? Ich würde das Tech-9 nennen. Dann wäre die Tech-9 wenigstens cool. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir benutzen zuerst einen Schlüssel und dann wählen wir die dritte Kiste aus. Weil, wenn ich den Chat fragen würde, welche Kiste wir nehmen, dann ist Eimer 3 die erste Zahl, die genannt wird. 3 oder 7. Ja, aber 7 Kisten haben wir leider nicht mehr. Deswegen... Ich gebe ein Stimme. Du hast es. Tech-9, ey. Gibt es nicht. Was soll man dazu sagen? Ja. Ich muss... Ich muss die Waffen streichen, Leute. Die Schöne. Man muss das Messer... Das Beste kommt bestimmt eh zum Schluss. Also jetzt langsam müsste das kommen. Jetzt müsste es langsam kommen. Das haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Das haben wir doch schon. Vier Kisten, Leute. Vier Kisten. Danach hast du deine 400 Kisten. Danach habe ich... Meine 401 Kisten. Was haben wir jetzt rausbekommen? Wir machen mal einen Zwischenstand. McTelen, McTelen. Tech-9, Tech-9. Tech-9. Und eine Negev. Und eine OMP Corporal. Die sich absolut gar nicht vom normalen Skinfass unterscheidet. Ich weiß nicht, wieso die überhaupt ein eigener Skin ist. Drei Kisten noch, Leute. Wir nehmen die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Goldene Mitte. Super gut. Guck mal. Da war eine rote Waffe. Wieso verschwinden die Waffen? Hast du das Spiel mich so sehr? Ja. Ich habe das Gefühl, da kommt eine rote Waffe und zack, die verschwindet einfach so nach dem Motto. Okay, pass auf. Zweite Kiste. Ne, zweiter Schlüssel, erste Kiste. Nochmal streicheln. Da war eine Asimo. Kann aber auch nicht sein. Ich treffe genau die Mitte. Ich treffe genau die Mitte, Leute. Okay, beim letzten... Ich mache beim letzten die Augen zu. Ich mache beim letzten die Augen zu, Perry. Perry, drückst du mir... Drückst du mir... Drückst du mir... Drückst du mir alle die Daumen? Ich drück dir die Daumen. Ich mache die sogar mit gedrückten Daumen auf. Ich mache die Augen zu und drück mir dabei die Daumen. Wie auch immer das aussieht. Okay, das liegt nicht am neuen Account, Leute. Ich dachte, das liegt daran, dass wenn man einen Account hat, mit dem man noch keine Kisten geöffnet hat, dass man dann auf einmal die richtig geilen, fetten Sachen raus hat, ja? Aber das liegt einfach an mir. Einfach an mir. Denn Mucke... Für Mucke sind keine guten Items bestimmt. Aber noch eine Stat-Track-U&P-Corporate. Gabe, wieso hast du mich so... Gabe, bitte sag mir das. Bitte schick mir eine E-Mail. Wieso hast du mich so sehr? Habe ich dir was angetan? Naja, leider. Was soll man dazu sagen? Ja, aber aus... Musst du sagen, aus der zweiten Kiste ist das beste Item rausgekommen. U&P-Stat-Track. Gut. Ich ja mal ein paar Minuten schauen. Pist�. elsonrei. Vielen Dank.